Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Zeugen Jehovas und heute mit einem sehr kontroversen Thema, nämlich die Frage, sind Zeugen Jehovas eine Sekte? Aber zuvor, wie immer, das Intro. Ja, sind Zeugen Jehovas eine Sekte? Darum geht es gleich in diesem Video, aber zunächst natürlich wie immer ein herzliches Dankeschön an euch, die ihr hier fleißig liked, Kommentare gebt, die ihr hier mitmacht, die ihr persönlich auch das Ganze hier abonniert und das ist sehr schön. Und ich habe einen Zuschauer, eine Zuschauerin mal ausgesucht für heute mit einem Kommentar und Elke schreibt, Elke schreibt, das Internet muss doch für die Zeugen Jehovas Fluch und Segen sein. Segen, so können sie ihre Meinung schneller und weiter und breiter unter die Leute bringen. Fluch, es würden deine tollen Videos nicht so geben, wie du sie so klasse machst, nämlich über die Zeugen Jehovas aufklären. Dankeschön. Ja, das ist tatsächlich so. Die Möglichkeit aufzuklären über das Internet, das ist natürlich wichtig und das ist natürlich gut, das ist hier meine Aufgabe, so sehe ich das jedenfalls als ehemaliger Zeugen Jehovas, als einer, der 27 Jahre dabei war, ältester war, im Betel war und so weiter. Ihr kennt vielleicht meine Geschichte, habe ich doch vielleicht das ein oder andere zu sagen, aber ohne, und das ist mein Anspruch, ohne über Zeugen Jehovas herzuziehen, sondern sachlich zu argumentieren. Ich benutze auch viel die Literatur der Zeugen Jehovas selbst. Und ja, wenn du es noch nicht getan hast, wie gesagt, abonniere den Kanal gerne und guck mal bitte auf unsere Webseite www.betester-hilft.de, der Link, den findest du auch nochmal unten. Was gibt es auf dieser Webseite? Einige Angebote und das Angebot, was am meisten angenommen wird, ist das Angebot eines Online-Hauskreises. Das heißt, da treffen wir uns online über Zoom und tauschen uns aus mit ehemaligen Zeugen Jehovas, mit Aussteigern, tauschen unsere Erfahrungen aus und besprechen auch immer ein bisschen die Bibel und wollen uns dort ein bisschen weiterbilden und beten zusammen und haben dort eigentlich eine schöne Gemeinschaft und hin und wieder feiern wir dann auch mal Abendmahl. Also bist du herzlich eingeladen, wenn dich sowas interessiert, da mal vorbeizuschauen. Guck mal auf unserer Webseite, wie gesagt, der Link ist unten. Zeugen Jehovas, eine Sekte. Und ich weiß noch, selbst als ich als Zeugen Jehovas unterwegs war, diesen Begriff Sekte mag natürlich keiner für sich in Anspruch nehmen und sagen, ja, klar bin ich eine Sekte oder ich bin in einer Sekte und ich finde es toll, in einer Sekte zu sein. Warum? Weil natürlich der Begriff eher negativ geprägt ist in unserem Sprachraum. Und ich kann mich noch erinnern, als diese ganze Diskussion auch in den Medien kam, von wegen Zeugen Jehovas wollen jetzt Körperschaft des öffentlichen Rechts werden. Zeugen Jehovas behaupten ja, mit dieser Körperschaft des öffentlichen Rechts sind sie eine Kirche und den Hauptkirchen gleichgestellt, was natürlich nicht stimmt, weil Körperschaft des öffentlichen Rechts hat mit Kirche und Anerkennung als Kirche erstmal gar nichts zu tun. Kirche kann sich jeder nennen in Deutschland und auch vorher als Religionsgemeinschaft, als e.V., als eingetragener Verein hatten sie die gleiche Religionsfreiheit wie alle anderen Religionsgemeinschaften auch. Also das stimmte nicht, aber tatsächlich hat es etwas damit zu tun gehabt, sich aufzuwerten. Also als Zeugen Jehovas Organisation hier in Deutschland, Körperschaft des öffentlichen Rechts, mehr Anerkennung zu bekommen und sagen zu können, auch im Predigtdienst wurde es ja ganz oft benutzt, dieses Thema, dass man sagt, nein, wir sind keine Sekte, wir sind jetzt Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat immer argumentiert und damit sind wir keine Sekte mehr. Und natürlich auch davor schon und grundsätzlich nimmt Zeugen Jehovas natürlich diesen Begriff für sich nicht in Anspruch. Die Frage ist, wie sehen Sie sich selbst und wie sehen Sie andere? Und da habe ich mal zwei spannende Artikel rausgesucht, die dieser Frage mal nachgeben. Es gibt einen Bereich auf der Webseite der Zeugen Jehovas, der heißt oft gefragt und über uns. Also findest du auf jw.org und dann über uns und dann oft gefragt. Und da sind solche Fragen halt drauf. Ich hatte ja schon verschiedene Fragen mal hier in den Videos auseinandergenommen. Und unter anderem die Frage, sind Jehovas Zeugen eine Sekte? Die Antwort lautet, nein, Jehovas Zeugen sind keine Sekte. Ja, ist ja auch verständlich, dass man das so darstellt und sagt so, ja, wir sind keine Sekte. Jetzt heißt es hier weiter, Fakt ist, wir sind Christen und versuchen so zu leben, wie es uns Jesus Christus vorgelebt hat und uns nach seinen Lehren auszurichten. Also das ist die Erklärung. Wir sind keine Sekte und Fakt ist, wir sind Christen. Ja, weiß nicht, ob das eine oder das andere etwas miteinander zu tun hat, aber ich finde das ein bisschen dürftig, die Erklärung. Und dann wird hier gesagt, was ist eine Sekte? Und dann heißt es hier, unter Sekte versteht man etwas anderes. Nehmen wir zum Beispiel zwei gängige Meinungen darüber, was eine Sekte ausmacht und warum das auf uns nicht zutrifft. So, jetzt wird hier gesagt, manche verstehen unter Sekte eine neu-religiöse Bewegung, die von den alten Traditionen abweicht. Und dann sagen Zeug Jehovas, Jehovas Zeugen haben keine neue Religion erfunden und so weiter. Und wir folgen dem Muster der ersten Christen. Ja, kann man behaupten, aber Fakt ist, vor 1879 oder vor 1934 gab es nicht mal die Zeugen Jehovas und da davor hießen sie Bibelforscher. Und vor Charles Taze Russell, Charles Taze Russell kommt aus einer anderen Kirche und dann war er vorher noch zusammen mit den Zweitagsadventisten, die haben sich ja später erst abgespalten. Und viele der Lehren übrigens, die die Zweitagsadventisten oder grundsätzlich die Adventisten hatten oder auch haben, haben Zeugen Jehovas übrigens übernommen. Also viele Lehren stammen gar nicht von den Zeugen Jehovas selbst. So, das heißt, unter dem Gesichtspunkt eine neu-religiöse Bewegung, die von alten Traditionen abweicht, würde ich sagen, passt auf Zeugen Jehovas, oder? Also da müssen sie ihre eigene Definition auf sich selbst anwenden und sagen, sind wir eine neu-religiöse Bewegung? Ja, seit 1879, die von alten Traditionen abweicht. Ja, von der Kirche, die schon über 2000 Jahre alt ist. Ja, weicht sie ab. Also würde das passen. Der zweite Punkt, den Zeugen Jehovas hier sagen, was eine Sekte ausmacht, ist, manche verstehen unter Sekten eine gefährliche religiöse Bewegung mit einem Menschen als Führer. Und jetzt ist die Erklärung, Jehovas Zeugen sehen keinen Menschen als ihren Führer an. Stattdessen halten wir uns an das, was Jesus seinen Nachfolger als Grundregel festlegte. Einer ist eurer Führer, Christus. Zwei Sachen dazu. Also einmal, es muss ja auch nicht nur ein Führer sein, es können ja auch acht Führer sein. In Form eines Leitungskremiums. Ja, also von daher, Menschen als Führer, es muss ja nicht ein Mensch sein, aber Menschen als Führer, würde ich schon sagen, dass das auf Zeugen Jehovas zutrifft, weil, wenn ich als einzelnes Mitglied der Zeugen Jehovas sage, ich halte mich an das, was Jesus sagte. Und das weicht ab von dem, was die leitende Körperschaft vorgibt. Gelte ich als Abtrünniger und werde auch ausgeschlossen. Also ich kann nicht hergehen und sagen zum Beispiel, du, ich verstehe das anders mit dem Missionsbefehl von Jesus zum Beispiel. Das heißt nicht, dass ich jeden Monat einen Predigtdienstbericht abgeben muss. Ich gebe jetzt keinen Predigtdienstbericht mehr ab. Das steht nicht in der Bibel. Dann würde ein Führer oder in Anführungszeichen das Leitungsgremium sagen, nein, dann kannst du nicht mehr zu uns dazugehören. Übrigens auch ein Grundsatz, um zur Taufe zugelassen zu werden, muss man ein aktiver Prediger sein bei den Zeugen Jehovas. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt sicher noch viel mehr, wo man festmachen kann, dass Zeugen Jehovas Menschen folgen. Sie behaupten zwar, Christus zu folgen, aber diese Menschen benutzen die Bibel, um zu sagen, guck mal, dem müsst ihr nachfolgen. Zum Beispiel, was anderes ist, dieses Gebot, sich des Blutes zu enthalten. Wo ich auch sage, okay, gibt die Bibel so nicht her, diese Bluttransfusion. Da gibt es noch viele, viele andere Dinge auch, wo ich sagen kann, das sind Menschengebote. Das sind keine Gebote, die wir explizit so in der Bibel finden. Und von daher folgen sie Menschen. Also beide Definitionen, würde ich sagen, könnten sie auf sich anwenden und müssten ehrlicherweise sagen, ja, passt auf uns. Und dann heißt es halt, und dann wird hier unten in einem weiteren Absatz noch angeführt, warum sie auch keine Sekte sind, nämlich, Jehovas Zeugen sind alles andere als eine gefährliche Sekte. Im Gegenteil, durch unsere Religion haben nicht nur wir selbst eine höhere Lebensqualität, durch sie leisten wir auch einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl. Aha. Da würde ich gerne mal wissen, in welcher Form. Wird hier übrigens auch gesagt, in welcher Form. Hier wird gesagt, unsere Bibelarbeit hat schon viel geholfen, oder schon vielen geholfen, von Süchten loszukommen, wie zum Beispiel Alkohol und Drogenmissbrauch. Außerdem leisten wir aktive Katastrophenhilfe und organisieren in der ganzen Welt Lese- und Schreibkurse. Ja. Wofür machen sie das? Um zu missionieren. Lese- und Schreibkurse gibt es, um zu lernen, in der Bibel zu lesen. Also es sind theologische Texte, die man dort lernt. Es geht nicht darum, lesen und schreiben zu lernen, sondern es geht darum, die Menschen, wie man so schön sagt, in die Wahrheit dadurch zu bringen. Katastrophenhilfe. Da wird den einzelnen Zeugen geholfen, ja, vor Ort. Also es gibt jetzt diese Katastrophenhilfe. Das heißt, wenn irgendwo eine Naturkatastrophe ist, fliegen dort Helfer hin von den Zeugen Jehovas, helfen dort mit. Aber worum geht es dort? Also die Berichte kann man selbst nachlesen in den Zeitschriften der Zeugen Jehovas. Da geht es immer darum, wie toll den Brüdern geholfen wurde vor Ort und wie der Predigtdienst wieder in Gange gebracht wurde und wie glücklich die Leute waren, dass man ihnen Literatur gegeben hat. Und ansonsten soziale Arbeit. Es gibt keine diakonische Arbeit bei Zeugen Jehovas. Es gibt kein einziges diakonisches Werk, sprich ein Werk, wo sie aktiv für das Gemeinwohl soziale Arbeit leisten und Menschen helfen in Form von Nächstenliebe. Es gibt weder Krankenhäuser, noch Altenheime, noch Diakonien, irgendwelche Art und Weise, dass man irgendwelchen Obdachlosen hilft oder was auch immer. Es gibt so etwas nicht. Und von daher, wir tun Gutes für das Gemeinwohl. Also solange es was mit dem Predigen und Jüngermachen zu tun hat, auf jeden Fall. Aber ansonsten würde ich sagen, wenn ich das vergleiche, wenn ich Zeugen Jehovas vergleiche mit den anderen Kirchen, die es gibt und Religionsgemeinschaften, also es ist ganz, ganz weit weg von dem Helfen für das Gemeinwohl. Also ganz, ganz, ganz weit weg. Ja, man muss nur mal eingeben, irgendwie Diakonie oder so im Internet, dann siehst du, was andere Kirchen und Gemeinschaften machen. Jetzt habe ich noch einen spannenden Artikel gefunden. Jetzt ist nämlich die Frage, Zeugen Jehovas sehen sich selbst nicht als Sekte. Sehen sie andere als Sekte? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Da gibt es einen Erwachet vom 1988, 8.1. Seite 26 und 27. Da ist die Frage, was sind heute Sekten? Das heißt, Zeugen Jehovas haben jetzt mal definiert, was sind denn heute Sekten? Und dann wird hier, der Artikel heißt übrigens, ist sektiererische Anbetung für Gott annehmbar? Und dann heißt es hier, heute wird der Begriff von Kirchen, der Begriff Sekte von kirchlichen Autoren, Kritikern und anderen gebraucht, die damit wahllos jeden bewerfen, der ihre eigene Art religiöses Empfinden verletzt. Ist dies aber eine vernünftige Grundlage für ein Urteil? Wäre es nicht am besten, sich nach dem Maßstab auszurichten, den Jesus aufstellte und ihre Früchte zu untersuchen? Und dann heißt es hier weiter, wenn man diesen Maßstab ansetzt, können viele Gruppen und Bewegungen, die man liest, tatsächlich als Sekten bezeichnet werden. Und dann wird hier so ein bisschen erzählt, was die Halle falsch machen. Und dann wird hier gesagt, wie steht es aber mit den sogenannten großen Religionen? Und dann wird hier gesagt, es ist offensichtlich, dass die sogenannten großen Religionen trotz ihres Ansehens nichts weiter sind als Sekten, die auf dem falschen Weg sind und sich als wahres Christentum ausgeben. Krass, oder? Also ich finde das schon erstaunlich. Auf der einen Seite, das ist ja diese offizielle Nach-Außen-Seite, also die Webseite oft gefragt, ist ja so für die Außendarstellung und intern wird dann hier geschrieben, in einem erwachet, naja, aber die anderen, also diese ganzen großen Kirchen der Christenheit, ja, die großen Kirchen der Christenheit, wer ist das? Evangelische, katholische Kirche, Methodisten, Baptisten, was auch immer, also die großen Kirchen der Christenheit sind nichts weiter als Sekten, die auf dem falschen Weg sind. Ja, also, und oben wird noch gesagt, und andere werfen wahllos mit diesem Begriff herum. Also da wird schon mit zweierlei Maß gemessen, also wir sind keine Sekte, aber die anderen sind natürlich Sekten, finde ich interessant, mindestens interessant. Das mal so zwei Dinge aus der Literatur der Zeugen Jehovas selbst. Ich werde nachher, werde ich zum Schluss etwas auf diesen Begriff Sekte noch mal eingehen, in Form von, also Sekte ist ja grundsätzlich etwas Negatives, würde ich mal so sagen. Und der Sektenbegriff, den möchte natürlich keiner auf sich angewendet haben. Und deswegen habe ich mal, und zum Schluss werde ich darüber sprechen, das Gegenteil einer Sekte definiert. Und dann ist die Frage, bin ich denn wenigstens das Gegenteil einer Sekte, wenn ich keine Sekte bin? Ein sehr spannender Gedankengang, werde ich zum Schluss dazu kommen. Jetzt erst noch mal ein, ich werde übrigens diese Sachen auch verlinken hier unten, also die Quellen, die ich hier benutze, verlinke ich, nehme ich einmal die Quelle Kompaktinfos, was ist eine Sekte, herausgegeben von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, kann man im Internet nachlesen, was eine Sekte ist. Und in diesem Prospekt kommen übrigens auch Zeugen Jehovas vor. Jetzt erst mal grundsätzlich wird hier natürlich noch mal darauf eingegangen, was ist eine Sekte. Also es gibt ja den, ich glaube, griechisch ist dieser Begriff Hereis oder Hereus, so ähnlich, das ist gar nicht so richtig im Kopf, aber es wird hier beschrieben, Sekte ist die Bezeichnung der Kirche beziehungsweise der Mutterreligion für heretische Abspaltungen. Sekten stehen in Lehre und Praxis einer Religion gegenüber, von der sie sich getrennt haben. So, also alle, die sich sozusagen trennen von einer Mutterreligion, könnte man dann als Sekte bezeichnen. Und dann wird hier weiter gesagt, die mit christlichen Überlieferungen wesentlichen außerbiblischen Wahrheits- und Offenbarungsquellen verbinden und in der Regel ökumenische Beziehungen ablehnen. Wie ist es denn bei Zeugen Jehovas? Lehnen sie ökumenische Beziehungen, also Beziehungen zu anderen Religionen und Religionsgemeinschaften und Kirchen und christlichen Kirchen ab? Ja. Zeugen Jehovas sind in keiner einzigen überkonfessionellen Organisation. In keiner einzigen. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel Evangelische Allianz, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, sowas in diese Richtung. Sind Zeugen Jehovas in keiner einzigen Mitglied. Also, da grenzen sie sich ganz stark ab. Dann wird hier gesprochen, also genau, hier ist nochmal der Sektenbegriff, Griechisch Haresis, Lateinisch Sekter und von dem lateinischen Werk Sekvi. Und das bezeichnet im ursprünglichen Sinn eine Richtung, eine Partei, eine Schule, eine Gefolgschaft. Also es hatte ursprünglich gar nicht mal einen negativen Begriff, sondern in der Bibel wird ja sogar der Begriff Sekte erwähnt, nämlich die Anhänger von Jesus von Nazareth, die Anhänger der Pharisäer, Sadduzeer und so weiter, wurde alles als Sekten bezeichnet. Nicht im negativen Sinne, sondern als Anhänger einer Schule, einer Idee. Also ursprünglich war dieser Begriff gar nicht negativ. Dann heißt es hier weiter, obgleich ursprünglich neutral verwendet, wurde der Sektenbegriff in der Christentumsgeschichte nicht als Beschreibung, sondern als Bewertungsbegriff aus der Perspektive eines nominativen Standpunkts wirksam. Also hat sich das ein bisschen geändert, dieser Sektenbegriff, wofür er heute steht und hier wird jetzt zum Beispiel noch mal ein paar Gruppierungen erwähnt und was so typisch ist an solchen Gruppierungen und Sekten. Hier heißt es, fundamentale Differenzen zur Mutterreligion, die nicht nur stilistischen, sondern kanonischen Charakter haben. Zum Beispiel Abwertung beziehungsweise Ergänzung des biblischen Kanons, Ablehnung des trinitarischen oder christologischen Bekenntnisses oder eklektische Rezeption der christlichen Tradition. Eine Abspaltung von der Mutterreligion. Dann wird hier auch noch gesagt, diesem klassischen Verständnis lassen sich zahlreiche aus der christlichen Tradition kommenden Gruppen zuordnen. Unter anderem Jehovas Zeugen, christliche Wissenschaft, Christgemeinschaft, weitere Merkmale wie exklusives Heilsverständnis, aggressive Missionspraxis, scharfe Abgrenzung zur Außenwelt, hierarchische Leitungsstruktur, normierte Lebenspraxis, kommen in zahlreichen Sekten vor. Dann heißt es hier noch, der säkularisierte umgangssprachliche ausgerichtete Sektenbegriff bezieht sich auf ethisches Fehlverhalten und signalisiert Konfliktrechtigkeit, fanatisch vertretene Überzeugung, autoritäre Binnenstrukturen, Vereinnahmungstendenzen, scharfe Abgrenzung nach Außen, Manipulative Werbung nach Außen etc. Und dann werden hier noch ein paar Eigenarten wiedergegeben, also Motive und Themen heißt es hier und dann noch ein paar Eigenarten von christlichen Sekten. Hier wird gesagt, das wiederhergestellte christliche Leben, das sich mit der Suche nach vollkommener Gestalt christlichen Lebens verbinden kann, also perfektionistisch ausgerichtete Gruppen oder das gesteigerte apokalyptische Bewusstsein, das sich in entsprechenden Endzeitperspektiven, in spekulativen Zukunftswissen und im Weltpessimismus zeigt, unter anderem Zeugen Jehovas und frühe Adventbewegung. Also das wird hier so beschrieben, was so eine Sekte ist und hier wird auch noch gesagt zu dem Sektenbegriff, der Begriff Sekte unterstreicht die Notwendigkeit während mit religiösen Wahrheitsansprüchen umzugehen und etwas über die Nähe oder Ferne einer Christlichkeit beanspruchenden Gruppe zur ökumenischen Gemeinschaft der Kirche auszusagen. Also Nähe oder Ferne zu anderen Kirchen und Zeugen Jehovas tun alles dafür, sich abzugrenzen, etwas Spezielles zu sein, sich abzusonnen, also sprechen sie ganz offen auch darüber, wir sonnen uns ab, wir sind ein abgesondertes Volk, wir sonnen uns ab von allen anderen Christen. Jetzt heißt es allerdings noch zum Sektenbegriff und deswegen bin ich selbst auch ein bisschen vorsichtig mit dem Verwenden dieses Begriffes. Es gibt ja eine Enquete-Kommission, eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag und diese Enquete-Kommission heißt sogenannte Sekten und Psychogruppen des Deutschen Bundestags hat im Endbericht von 1998 empfohlen, in staatlichen Stellungnahmen auf den Sektenbegriff zu verzichten. Man hat diese Gruppe dann, also diese Enquete-Kommission dann auch umbenannt und dieses Wort Sekte rausgenommen, hat gesagt, es ist ein bisschen problematisch, diesen Sektenbegriff zu benutzen, weil man natürlich niemanden diffamieren möchte, nichtsdestotrotz wird hier in dieser Broschüre gesagt, in dieser evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen wird erklärt, dass das, was wir unter Sekte verstehen, wird hier definiert und dass das schon auf Zeugen Jehovas zutrifft. Jetzt habe ich noch ein interessantes, verlinke ich auch unten in der Beschreibung, habe ich noch eine interessante Zusammenfassung. Indoktrination in Sekten von Hugo Stamm ist ein bekannter Journalist und Sektenkenner, da geht es um psychologische Manipulationstechniken, Indoktrination in Sekten und da fand ich ganz spannend, da fand ich ganz spannend die Phasen der sogenannten Indoktrination. Also Indoktrination, ich weiß nicht, ob man das als Zeuge Jehovas gerne hört, dieses Wort Indoktrination, weil es vielleicht auch negativ behaftet ist, aber wenn wir so Wachtturm-Artikel uns erinnern, die neue Persönlichkeit anlegen, als Geist des Menschen wachsen, Jehovas Organisation nachfolgen, wenn du solche Artikel hörst, dann denkst du vielleicht, ja, hört sich harmlos an, aber es ist im Prinzip genau das, was hier beschrieben wird, nämlich Indoktrination. Und es gibt, das hat er hier gesagt, sieben Phasen, sieben Phasen der Indoktrination, und das ist tatsächlich etwas, was man schon beobachten kann, auch bei Zeugen Jehovas, also als erstes hier Anwerbung, Missionierung, Neugier wecken, Sehnsucht wecken, zweitens Einführung in die Heilslehre, ja, es entsteht eine gewisse Euphorie, drittens Integration in die Gruppe, eine gewisse Gruppendynamik entsteht dort, viertens Isolation von der angestammten Umgebung, Entwurzelung, die Leute sind nicht gut für dich und die sind aus der Welt und die sind hier gegen Jehova und so weiter, sowas in der Richtung, dann Umwertung aller Normen, Entführung in die Parallelwelt, Destabilisierung ist der fünfte Punkt und der sechste Druck aufbauen, Anforderungen erhöhen, mit Angst arbeiten und dann Indoktrination verschärfen, um Zweifel zu unterdrücken, sogenannte Konditionierung, Komma Gehirnwäsche. Konditionierung heißt ja, dass du etwas immer wieder wiederholst, immer wiederholst, immer wiederholst, immer wiederholst, immer wiederholst. Je öfter man etwas wiederholt, desto eher wird es natürlich auch als Wahrheit nachher anerkannt und desto weniger wird etwas hinterfragt. Je häufiger man etwas gehört hat, desto weniger wird es hinterfragt. Also so beschreibt hier der Journalist Hugo Stamm die sieben Phasen der Indoktrination. Jetzt hat er auch hier noch, also er schreibt hier im Übrigen nicht über Zeugen sondern grundsätzlich über Sekten und jetzt hat er hier noch Sektenmerkmale aufgeführt. Sektenmerkmale, jetzt sagt er hier zum Beispiel so, es gibt Gurus, es gibt einen Absolutheitsanspruch und eine Heilslehre, es gibt ein sonderbares bis fanatisches Heilskonzept, es gibt ultimative Heilsversprechen im religiösen, meist auch im weltlichen Bereich, bedingungslose Verehrung, Unterwerfung, Unterführungsfigur, autoritäre Strukturen, radikale Einbindung, Kontrolle der Mitglieder im Denken, Handeln und Fühlen, Reduktion der komplexen Realität auf einfache Erklärungsmuster. Genau, und dann sagt er hier, weitere Merkmale sind Aufbau einer Parallelwelt, Elite denken, auserwählt sein, Weltrettungsprinzip, geschlossene Gemeinschaft, klare Trennung von Innen- und Außenansicht, Entfremdung und Isolation von angestappter Umgebung, oft auch von eigener Familie, Kontakt zur Außenwelt wird auf Minimum reduziert, Freundschaften und Heiraten, möglichst innerhalb der Gruppe. Gruppenmitglieder kontrollieren sich gegenseitig, Denunziation gehört zum Gruppenkodex, Normierung des Sexualverhaltens, radikale Hingabe, Geld und eigene Sprache. Also das sind so die Sektenmerkmale, die er hier nennt und jetzt kannst du selbst entscheiden, ob das in irgendeiner Form auf Zeugen Jehovas zutrifft. Also halten wir fest, der Begriff Sekte, ich würde ihn so nicht benutzen wollen, wenngleich unterschiedliche Definitionen darauf zutreffen, auf die Organisation der Zeugen Jehovas. Aber es ist auch gar nicht nötig, sage ich mal, den Begriff Sekte zu benutzen und ja, weil er ja auch, sage ich mal, erst mal nichts sagt, dieser Begriff der Sekte. Frage ist, und deswegen hatte ich gesagt, ich werde zum Schluss noch mal drauf eingehen, Frage ist, was ist denn das Gegenteil, also was müsste denn das Gegenteil einer Sekte sein? Und da würde ich mich mal fragen, als Zeuge Jehovas, würde ich mal fragen, ob das denn auf meine Religion als Zeuge Jehovas zutrifft und dieses Gegenteil einer Sekte, ich wüsste jetzt nicht, wie man das nennen soll, Gegenteil einer Sekte, also was ist das Gegenteil einer Sekte, ich habe da kein Wort gefunden dafür, aber ich habe ein paar Merkmale mir mal aufgeschrieben und es sind so sechs Dinge, würde ich sagen, Dinge, wo ich sage, darin könnte ich festmachen oder würde ich festmachen, was das Gegenteil einer Sekte sein müsste, nach allem, was ich hier vorgelesen habe und was ich herausgefunden habe, wie eine Sekte definiert wird. Als erstes müsste das Gegenteil einer Sekte dafür sorgen, dass ich frei, als Individuum mich frei entfalten kann, also freie Entfaltung des Individuums, dass ich also, sage ich mal, nicht in die Schranken gewiesen werde, in Lebensbereichen, Glaubensbereichen, sondern dass ich mich entfalten kann, dass ich wachsen kann und nicht eingeschränkt werde auf eine bestimmte Lehre oder eine bestimmte Art mein Leben zu führen, was auch immer. Also freie Entfaltung des Individuums. Zweiter Punkt, eigene Meinung und Kritik wird akzeptiert. Eigene Meinung und Kritik wird akzeptiert. Das heißt, es muss möglich sein, auch in einer Religionsgemeinschaft muss es möglich sein, unterschiedlicher Meinung zu sein und unterschiedliche Herangehensweisen an Dinge müssen möglich sein. und sobald genau das Gegenteil gemacht wird, nämlich Gleichschritt, Formierung und Gleichschaltung, das wäre das Gegenteil von eigener Meinung und Kritik. Und also das würde ich, glaube ich, schon sehr stark ankreiden, den Zeugen geworfen, dass sie genau das nicht zulassen. Es gibt keine Diskussionskultur, es gibt keine Kritik, man kann nicht unterschiedlicher Meinung sein, in Fragen der Lehre zum Beispiel, das gibt es dort nicht. Dialog mit anderen Denominationen würde ich auch als Merkmal einer Antisekte, das wäre vielleicht so ein Begriff, Antisekte, fällt mir jetzt gerade ein, also was eine Antisekte, Dialog mit anderen Denominationen. Vierter Punkt, Nächstenliebe wird gezeigt, unabhängig von Religion und Denomination. Also Nächstenliebe gegenüber allem, weil ich glaube, das ist so urchristlich überhaupt, dieses Zeigen von Nächstenliebe und zwar nicht nur in Form von wie Zeugen Jehovas das glauben, wir glauben ja, wir zeigen genug Nächstenliebe, indem wir den anderen unsere Botschaft bringen, Nächstenliebe ist viel mehr, Nächstenliebe ist eine Tat, ist etwas Gutes tun, nicht etwas Gutes tun, das ist Nächstenliebe. Punkt Nummer 5, das Gegenteil, eine Sekte oder das Merkmal einer Antisekte, die Freiheit, die Gemeinschaft zu verlassen. Es gibt in Deutschland ja Religionsfreiheit und es gibt auch eine sogenannte, ein Rechtsbegriff, der nennt sich negative Religionsfreiheit. Das heißt, ich kann auch meine Religion verlassen. Das muss möglich sein und zwar ohne Konsequenzen, Einschränkungen und so weiter. Hatte ich ja auch schon mal ein Video über dieses Thema Kontaktverbot oder Gemeinschaftsentzug gemacht. Und Punkt Nummer 6, Mitspracherecht und Einbindung aller Mitglieder. Die Mitglieder dürfen Vorschläge bringen, dürfen sich einbinden, dürfen mitmachen, mitgestalten und so weiter. Das wäre das Gegenteil einer Sekte, das wäre die Antisekte. Also, zu diesem Thema sind Zeugen Jehovas eine Sekte? Fragezeichen. Ich hoffe, dass ich dir diese Frage ein bisschen beantworten konnte und dass du das Ganze so ein bisschen einortest. Gleichwohl, wie gesagt, ich mit dem Begriff Sekte vorsichtig wäre, weil er doch im deutschen Sprachgebrauch eher negativ ist. Deswegen, das, was die Enquete-Kommission im Bundestag gesagt hat, würde ich schon gut finden, wenn man sagt, okay, sprich doch von religiösen Sondergemeinschaften und eine religiöse Sondergemeinschaft, das sind Zeugen Jehovas auf alle Fälle. Vielen Dank, dass du dabei warst bei dem Video. Bitte lass gern noch ein Like da oder klick auf den Abonnieren-Button oder kommentiere natürlich auch. Schreib deine Meinung jetzt hier unten in den Kommentar mit rein. Wie siehst du das ganze Thema? Das würde mich sehr freuen, da von dir etwas zu lesen und besuch bitte auch gern unsere Webseite www.betesta-hilft.de und vielleicht hast du ja Lust, auch bei einem unserer Online-Hauskreise mit dabei zu sein. Ist wirklich ein sehr gutes Angebot und da gibt es einen sehr coolen Austausch mit Aussteigern, Ehemaligen und so weiter. Lass dir es nicht entgehen, schau da gerne mal rein. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank.